Hallo, hier ist Team Kiwi, wird es auch dabei. Kiwi, 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 Kiwi. Und wir haben gelesen, ihr habt Bock, dass wir weiter Cuphead spielen und das werden wir jetzt auch tun, also bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir. Das ging ja schnell. Das ging superschnell, ja. Wir brauchen ein eigenes Intro. Ich glaube, ich bastel uns ein Intro. Ein cooles. Cooles. Ja, ich bin gespannt. Du bist ja für deine Kreativität bekannt. So, nachdem ich jetzt hierher gerannt bin. Wow, du fängst erst um zwölf an zu arbeiten, willst du damit sagen? Ich bin immer früher da als ihr. Aber heute nicht. Heute nicht, nein. Mir ist immer noch voll warm, ey. Ich bin wirklich gerannt, weil, wie hat mir plötzlich schrieben, hey, Kiwi, ich bin in der U-Bahn. Apropos U-Bahn, wir fahren jetzt ja gleich in Cuphead mal wieder Achterbahn. Ich hasse, also jetzt real live hasse ich Achterbahn fahren. Was? Wirklich? Kennst du das Gefühl, was jeder richtig geil findet, das Kribbeln im Bauch, wenn du dann irgendwie so runterfährst? Mhm. Das hasse ich. Das hasse ich total. Ich mag das nur beim Schaukeln, so als Kind noch, wenn du dann krampfst auch ab und zu an diesem Punkt, wo das dann auch so leicht gekribbelt hat. Aber das ist ja auch schon 100 Jahre her. Schaukeln? Bei dir? Ja, ich war schon lange nicht mehr auf dem Spielplatz, sollte ich mal wieder machen. Ja, du bist nur auf dem digitalen Spielplatz, ne? Ja, genau. Ja, wie Laufen, das hast du auch lange nicht mehr gemacht. Deswegen, komm, lass mal das machen, was ich immer mache und das ist nämlich Zocken und das Spiel reingehen. Muss ich drücken? Nee, du. Ich habe einen Scheiß. Ah, okay, weil ich es ausgesucht habe. Wird charmant, Kappa. Gentleman, Kappa. Kawaii, Kappa. Ah, okay. Ich muss noch mal gucken, was wir eigentlich... Oh, ich weiß auch gerade gar nicht. Ah, warte, warte, ich muss ja oben hier. Ja, mach die Enten kaputt. Oh, du bist reingedrückt. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy, ja, 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 ja. Okay, 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 ich sag wieder an, wenn er anfängt, großzudüsen. Jetzt, düsen. Ich habe den falschen Knopf zum Düsen gedrückt. Ja, das ist der Trigger. Ich spiele heute mit den Joy-Cons und nicht mit dem Pro-Control. Wo dash ich noch mal? Ah. Das ist so schlecht. Okay, hey, das ist so okay. Wir mussten erst mal wieder mit der Steuerung reinkommen. Das ist natürlich doof, dass wir mit dem Gegner anfangen. Mit dem Endpass und nicht hier irgendwie mit dem Run-and-Gun-Passage. Aber ja, okay, jetzt habe ich die Knöpfe wieder drauf. Wir hätten auch woanders hinlaufen können. Okay, jetzt. Nice, okay, easy. Machen wir jetzt One-Shot. Spring. Ach, shit. Oh, jetzt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich... Ich würde lieber meine normale Waffe nehmen. Jetzt nochmal. Schön. Okay. Jetzt kommen... Ich wechsle die Waffen nochmal. Achtung. Aber das ist ein Hund. Oh, ich habe gleich einfach mal auf den Hund gesprungen. Wo bist du denn hin? Hier. Oh, nein. Ich sterbe. Ein Kissen ist runtergefallen neben mir. Oh, nein. Ein Kissen ist gefallen. Ein Kissen ist gefallen. Oh, jetzt sind wir schon. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Jetzt müssen wir mal auf den Ballon hier oben ballern. Oh, oh. Nein. Ich habe dich angemilcht. Ja. Ich wollte nach oben. Natürlich. Aha, nein. Okay, cool. Das ist schon mal geschafft. Oh, ja. Es bekommt... Ah. Okay. Hast du noch Milch? Für den Esel? Milch? Milkshake? Oh. Brings all the boys. Ja, hilf mir. Oh, nein. Jetzt musst du mir helfen. Schön. Ich bin für deine Sünden gestorben. Hä? Was? Ich habe dich gerettet und deswegen nicht gestorben. Oh, oh. Oh, nein. Oh, Gott sei Dank. Nein, warum springe ich denn noch? Oh, nein. Zu hoch. Fuck. Was machst du? Also, das hätte man schon mal schaffen können. Ja. Ich bin gerade mega schlecht. Ich glaube... Ich habe leider auch nur eine Stunde Zeit. Ich glaube, bis dahin sind wir eingespielt und könnten den Gegner theoretisch machen. Ah. Dann spring dich hierher und du sprichst eine Stunde Zeit, oder was? Sorry. Aber jetzt hast du ein bisschen Sport gemacht. Ja, fast. Da hast du recht. Seit da mal wieder. Achtung. Ach du. Ach du. Wacht. Das ist eine... Oh, shit. Das ist eine Ente. Eine kleine Ente. Ja, ich habe die nicht erwischt. Es sind so viele Projektile. Ich blicke da gerade gar nicht durch. Das sind unsere halt. Nein. Ach, ein Hund verfolgt mich. Es ist ja schön, wenn man unterwegs auch mal ein bisschen Leben einsammeln würde. Dann wäre es nicht so schwierig. Dann wäre das Spiel zu einfach. Ja. Dann würden wir es nicht spielen wollen. Oh Mann, ey. Okay, Ballon ist kaputt. Ich wiederhole, Ballon ist kaputt. Oh. Oh Mann, ich bin bei deinen Füßen. 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 Oh, ich wollte dich retten. Ich stand direkt und. Oh, ich hätte dich opfern sollen. Immer mich opfern. Immer für das Wohl anderer. Okay, let's go. Jump. Ich bin zu früh. Ich habe schon vorher gewusst, was er machen will. Jump. Ich möchte, dass du es immer kommentierst. Achtung! 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 Feind! Nein! Shit, mich hat's erwischt. Okay, jetzt. Oh nein! Umzingelt. Oh Gott, war das knapp. Aha. Okay, das ging diesmal ganz fix. Ja, das hat mich erwischt. Ich kann das gar nicht leiden, wenn das so ist. Moment, Moment. Werbung? Jemand hat Werbung gedrückt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wer in der Regie hat Werbung gedrückt? Hau rein. Alles, was passiert jetzt gerade eben? Ja, eben grad. Ich hab grad auf dem Bildschirm geguckt. Nach einem Spiel Werbung. Okay. Ich glaube, wir sind wieder da. Irgendjemand hat in der Regie rumgespielt. Schau mal, die lachen uns aus. Die haben ja mal ganz schön verarscht. Ha, ha, ha. Classic Mara. Ja, ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, okay. Also, Regie. Sind wir wieder live? Was ist denn passiert? Wie lange waren wir weg? Waren wir lange weg? Welches Jahr haben wir? Okay. Cool. Das Jahr ... Hey, 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 du kannst doch nicht einfach drücken. Klar, hier. Wow, wow, wow. Das muss doch erstmal in Achtung kommen. Ach so, Achtung? Siehst du? Okay, Achtung. Oh, oh. Geh runter und hoch. Und runter und hoch. Ich fliege! Dankeschön. Ah, 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 ah. Let die Knie! Okay, wir haben diesmal zumindest die letzte Phase erreicht. Das war die vorletzte. Das kommt doch noch die Pinguin-Phase. Das ist die Pinguin-Phase. Die haben wir doch gerade die letzte Phase geschafft. Die vorletzte. Also wir sind jetzt in der letzten. Wir waren theoretisch in der letzten. Geh rüber, rüber. Ich habe die Enten vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eine sehr dumme, sehr schlechte Sprengen. Okay, das war sehr schlecht von uns. Ich trete ihn. Geil. Okay. Okay, jetzt schnapp mal. Ich komme da nicht rüber. Lass mich, lass mich. Okay, ich lasse dich. Aber ohne dich bin ich nichts. Jetzt. Ah, war das eben was sehr Nettes, was du gesagt hast. Ich habe es heute spät bei Jahn kam. Ja, es kommt. Er hat mich bestimmt wieder beleidigt. Ich kann dir das zu. Leider ist es so. Ich höre nur Beleidigungen. Okay, ich mache die Hände. Okay. Springt. Dunk. Schön. Töte sie alle. Töte alle Enten. Oder hüpf. Hüpf. Die Ente, die Ente. Hüpf. Ja. Lass mich nicht unter Druck. Hüpf. Okay, geschafft. Ja, du lebst gut. Ich lebe weniger gut. Ja. Ich lebe weniger gut. Du lebst gut. Oh nein. Okay. Oh nein. Das ist eine Achterbahn. Das ging schnell, oder? Das haben wir ganz toll gemacht. Das müssen wir beibehalten. Okay. Ich glaube, ich muss Milch benutzen gleich. Oh nein. Gleich kommt nochmal ein Huf. Oh nein. Okay. Oh nein. Direkt unter... Jetzt bleibt es raus. Rufis. Rufis. Nein. Wird dumm? Wird dumm? Okay, links. Nein, rechts. Ah. Ah. Nein. Nein. Es ist okay. Es ist okay. Let it happen. Oh oh. Nein. Fuck. Oli ist im Chat. Oli ist im Chat? Oh. Oli war Stefans. Spring, spring. Achtung. Spring. Punkt. Ich traue mich mehr am Feind zu sein. Spring. Wir sind eine verdammte Danger-Siekerin hier. Nein. Spring. Achtung. Ja. Okay. Ein paar Ähnchen. Und jetzt wieder das gleiche von neben. Nur ohne Tote. Nein. Geilaufen. Okay, komm. Oh nein. Nein. Ich bin an seinen Füßen. Scheiße. Du lebst richtig gut. Jetzt, wenn ich das mal in deinen Worten passen soll. Ich bin an den Füßen. Ah. Du hast einen gesprungen. Oh, 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 oh. Oh, dumm. Ich kommentiere nicht mit deinem Leben. Du schützt es noch ab, wenn ich dich los. Ich schütze nur noch ab. Oh, ey, auch mies. Das war ja wirklich fies. Da konnten wir auch nichts machen. Ja. Spring, stirb, springen. Ah. Ah, Mann. Also, Momente, da bist du so in der Zwickenmilieu, da kannst du nichts mehr machen. Meinst du, wir könnten irgendwas kaufen, damit wir besser sind? Oh nein, eine Bierne. Spring. Ich bin ein Ghostplayer. Komm, komm. Wir tun das so. Okay, los. Aha. Spring. Okay. Was? Hey, mit deinen Hunden. Stunk. Oh mein Gott. Ah, war ja klar. Okay, jetzt. Finale Schlag. Geil. Okay. Oh nein. Oh. Oh. Oh nein. Diese blöde Achterbahn. Oh, ich mach's. Nein, 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 das ist nicht gut. Wenn die Achterbahn gleich kommt, dann bist du da unten eingesperrt. Ich glaube, ich hab auch noch mal einen. Nein, nein, Achterbahn. Ach, du hast recht. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Ach, Mann. Ach, Mann. Mh, fuck. Nein. Oh. So ein Troll. Da waren wir schon mal besser. Das haben wir beim letzten Mal besser gemacht. Aber da waren wir auch eingespielt. Ich lese hier gerade. Vielleicht sollten wir auch wirklich einfach mal unsere Ultis verwenden. Ja. Ich will dir mal aufsparen für die letzte Runde. Ja, oh, ich bin zu früh rüber. Wollen wir kurz neu starten? Ja. Ups. Okay, ich drühe nichts. Oh. Wie bei einer der Schwestern war so ein ganzer Spieler. Ist er der Schmutz? Ich vertraue dem Chat. Okay. Na, geh weg. Oh nein. Ich hätte Hüpf sagen sollen. Das tut mir sehr leid. Ja. Hüpf. 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 Okay. Oh Gott. Oh Gott. Hunde. Überall Hunde. Let the dogs out. Nein. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich bin schon wieder. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm mit deinem Finger her. Oh, ich habe die ganze Zeit auf den roten geguckt. Okay, jetzt. Ich habe bestimmt gleich ein Zug. Doch nicht. Jetzt. Nein. Oh, ich habe mich geduckt. Weg, weg, weg. Alter. Normalerweise verschwindet er nach einer Zeit. Ich habe dich, ich habe dich, ich habe dich. Danke. Nein, ich gehe nicht. Okay, ich nutze gleich meine Ulti, sofern ich nicht scherbe. Oh. Ah. Oh, oh. Bist du weg. Ja. Ah. 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 This match will get red hot. Now go. Hüpf. Oh, oh, Ente. Ich bin zu früh, sorry. Hüpf. Hüpf. Oh, oh, Ente. Oh, no. Hüpf. Ja. Okay. Ich würde jetzt mit dem roten Spreader sammeln, ich meine Ultimate auch nicht so schnell auf. Okay. Oh. Ja. Oh. Nein, aua. Okay, jetzt. Ich dachte, ja, ich bleib stehen. Ich krieg den eh. Ich müsste täuschen. Nein. Ich krieg dich doch nicht mehr. Ja, ich weiß. Alles gut. Nein, es ist nicht gut. Du bist tot. Ich krieg nicht mehr viel. Tja, das ist auch. Das ist auch zwei Leben. Okay. Schön gemacht. Jetzt kommt ein Karussell. Du hast Milch. Ah, ich hab keine Milch. Ach, nee, jetzt nicht. Gleich. Fuck. Diese Husos. Ja. Okay, Kontentation. Die Enten, die Enten, die Enten. Oh, wo bin ich? Ich kann mich nicht entscheiden. Man kann die Waffe nicht mehr nach jedem Schuss wechseln. Das haben sie genervt. Das funktioniert leider nicht mehr so gut. Oh, die Enten. Ja, weil hier gerade jemand auf die Idee kam und meinte so, man muss ja die Waffe doch mal nach jedem Schuss wechseln. Oh, fuck. Okay, das war wirklich nicht gut. Wir können auch neu starten. Ja, lass einfach direkt neu starten, oder? Sonst, kein Sinn. Okay. Spring. Ja. Rüber. Ja, man kann die Nase des Wagens parieren, aber wir haben so ein schlechtes Timing, ich krieg das nicht hin. Ich trau mich nicht. Ja, das ist es. Und dann verschwindet hier der Wagen, oder was? Nee, du kannst aber damit deine Ultimate auch sammeln. Ach so, ja. Mann, ich seh die ganze Zeit den Roten, ich weiß auch nicht warum. Okay, ich spring. Ach komm. Ich hab dich. Danke. Okay. Ich hab bestimmt gleich einen Zug. Oh Gott. Das ist auch die beschissenste Stelle gewesen. Das muss doch mal langsam. Ja, Mann, was hältst du denn alles aus? Nein. Nice. Okay, nice. Okay, du hast Milch, aber erst wenn du ein Karussell da hast und dann die Karussellfresse, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich hab so Angst. You can do it. Jetzt schon? Jetzt. Ich kann das so machen. Kann ich jetzt eigentlich die Pinguine abballern, oder nicht? Alter, die halten richtig viel aus. Shit, lass mich, lass mich. Nein, ich hab dich. Fuck it. Jetzt muss ich dich lassen. Du schaffst es, du schaffst es. Nein, da waren zwei Baseballs. Und, und, und. Nein, du blöder Clown, deswegen kann dich keiner leiden. Wir schaffen das schon. Ja, spring, spring. Ah. Nochmal. Okay. Ja, verdammter Ede mit der Nase. Ja, Ede mit der Nase. Ede ohne Nase. Ede ohne Nase. Ja. Okay. Jump. Jump. Rüber. Gut. Achtung. Natürlich kommt eine Afterbahn jetzt. Okay, du sparst deine Milch auf, ne? Ja, ja. Warum lachst du? Weil es jetzt nicht war. Für den richtigen. Alter. Moment. Für den richtigen Moment. Okay. Ah, dein Nase. Da kommt die Bahn wieder. Nein. Ah, das war dummes Training. Oh, geil. Oh mein Gott. Was? Wir haben es noch geschafft. Okay. Okay. Ist deine Milch ready? Okay, meine Milch is ready. Warum warst du eigentlich nicht? Weil ich schon mehrere verballert habe. Ah. Ich habe von den Kleineren was verballert. Ja, ich guck mal, was groß ist. My milkshake brings all the boys to your heart. And we are like. Yeah. Trist das. Oh. Ach. Achtung. Do you here. Okay. Clara, wo bist du? Ich bin in der... Nein. Denk dich an mich. Denk dich an mich. Ich kann nicht. Nein. 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 Ach. Eine Nasenlänge. Naja, vielleicht fünf. Aber trotzdem. Okay, 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 okay. Ey, wir hatten so viel gutes Leben. Ja, viel gutes Leben. Oh nein. Okay. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du auch? Ja, er kommt halt immer. Ne, was soll ich machen? Oh mein Gott. Nur gucken. Rüber. Ah. Rüber. Rüber. Schön. Okay. Okay. Okay, Ballon. Oh nein, natürlich kommt da ein Aufmerksamkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße, egal. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nein! Was? Oh, mich hat's noch erwischt. Aufüber. Ich hole dich, ich hole dich! Fuck. Nein, ich wollte dich holen. Ja. Okay. Jetzt. Jetzt. Enden. Oh, egal. Über. Oh. Über. Rüber. Rüber. Aha, ich dachte, jetzt. Okay, cool. Oh nein, ich hasse den. Oh nein, ich hasse den. Dein blutes Gesicht. Dein blutes Gesicht. Okay. Ach, Mann. Ach, Mann. Shit. Ah. Ach, schön. Geil. Geil. Gut, du schaffst es. Wir schaffen es. Wie jetzt? You can do it. You can do it. Achtung. Oh nein. Oh, warte, hör. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich dachte, ich habe nicht in die richtige Richtung geschaut. Pinguine? Ich will hoch. Nein, Baseballs. Nein! Wer hat gerade die Tür aufgemacht? Wer hat uns... Ja, diese Person war schuld. Diese Person war schuld. Ja, ja. Enten, Enten, Enten. Ja, ich habe die Ente. Okay, gut. Rüber. Oh Gott. Rüber. Hopp. Ente. Ich kann die... Passt, passt. Meine Range ist halt... Ja. Zug. Zug. Ah. Nein! Ah, pinke Hunde. Nein, ah. Es ist gerade so ein Massaker. Fuck. Okay. Hoch, 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 ballern. Schön. Zug. Ach, scheiße. Ich hole dich. Danke. Spuckt nicht. Nein, er spuckt. Ach, ich lebe da. Ich ging mir fest davon aus, dass ich tot bin. You gotta believe. Oh Gott, nein. Pass auf, pass auf. Nein, ich wollte dich ausdachen, dann bin ich gestorben. Du darfst es mir nicht nachmachen. Du musst leben. Chiara, du musst leben. Ente. Nein. Er kommt. Okay, Ente, Ente, Ente. Ente, Ente. Ganz. Sag endlich ganz. Rüber. Schön. Okay. Ich hab nur ein Leben verloren. Ja. Noch leben wir gut. Oh. Ich hab mich jetzt auch erwischt. Ey, ich blick da auch nicht durch. Alter. Zu viele Hunde, zu viele Hunde. Okay, cool. Ey, ich trau mich nicht auf die Nase zu springen. Ich auch nicht. Oh, ich bin auf eine andere Nase gesprungen. Du Nase. Was? Nichts getroffen. Geht's für euch nicht mehr. Oh Gott, so lange bin ich da weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, ich wollte dich grad holen. Ah. Okay. Okay. Fokus. Oh Gott, wir schaffen's halt. Also wenn wir's heute nicht schaffen, laden wir die Folge einfach nicht hoch, ne? Okay. Spring. Ach, scheiße. Komm mal vom Vorderanfang. Okay. Als wäre nichts passiert. Ja. Und wenn wir's schaffen, dann ist das halt einfach, äh, ne Folge. Ja. Wow. Rüber. Na, geh weg. Hi. Willst du mit mir? Nein. Natürlich nicht. Rüber. Okay. 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 So, jetzt komm. Ich seh hier im Hintergrund schon Zug anfahren. Ist gleich soweit. Okay, wird. Okay, wird. Ah. Ah. Okay. Sehr schön. Rüber. Was? Oh, nein, was? Oh, fuck. Ich war zu schnell. Mist. Ich hab's schon ruhig. Nein, ich hasse Beweisen und Züge. das schlimmste Mischung überhaupt. Nein. Rüberkommen. Achso, nee, mach was kurz. Zug. Pff. 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 Okay. Schön, schön, schön. 2-2. Ja, das ist perfekt. Und du bist voll aufgeladen. Ich lasse eine Attacke für die Pinguine, weil die einfach sehr viele einstecken. Ja, für die Pinguine, ey. Verdammte Pinguinbande. Pristaz! Habe ich nicht mal mehr an mich gegeben? Schossen? Ja, hast du mal mehr an mich gegeben? Das würde mich auch interessieren. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Oh, shit. Okay, das war's. Nein! Zug! Nein! Lass mich! Weine nicht um mich. Okay. Gina. Oh, Alter! Ich wusste halt nicht mehr, wo die hinrollen. Die standen dann plötzlich einfach in meinem Spawnpunkt. Ja, was machen die denn da auch? Was ist denn? Ich brauche eine stärkere Waffe. Rüber. Er kommt. Achtung. Ente! Ups. Schön. Zug. Oh Gott, ich habe den Hund abgeschossen. Geil. Oh mein Gott, wow. Gut, gut, gut. 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 Ah, seine blöde Nase. Wieso hat denn der Esel keine, ähm, rote Nase? Zug kommt jetzt langsam an. Mhm. Mann. Oh, shit. Oh, Mann. Noch ein Zug, noch ein Zug, noch ein Zug. Ja, 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 ich sehe es. Schön. Okay. Nein, ich, nein. Okay. Du hast drei Leben noch. Don't jinx it. Okay, du hast keine drei Leben mehr. Ich gehe links, dann laufen wir uns so. Okay. 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 Jetzt kommen gleich die, äh, Piraten, wollte ich sagen. Die Pinguine. Die Pinguine. Oh, nein. Alter, nein. Oh, nein. Ich, okay, egal. Boah. Wir kriegen da schon hin. Wir kriegen da schon hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen mache ich komische Bewegungen. Ja, ja. Spring. Rühe. 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 Spring. Rühe. 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 Ah, fuck. Wo war dein Kopf? Jetzt. Rühe. 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 Wow. Oh. Das hat mich jetzt so irritiert. Sorry. Ich wollte mal was ausprobieren. Nein. Wow. Wow. Blöder. Das ist schwierig. Ich bin so dumm. Ich glaub halt da einfach stehen, wo ich gerade getroffen wurde. Ist das okay? Zug, 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 kommt schon. Noch ein Zug. Okay. Yes. Nice. Okay, you can do it. Ich schlag hier jetzt einfach so, wenn er schon mal hier ist, da. Bitte nicht bei den... Oh Gott. Begabt. Oh, scheiße, ey. Nein, 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 nein. Das Problem ist, man weicht den Pinguin aus, möchte rüberspringen und dann landet man auf diesen komischen Dingern da oben. Ja, überall fliegen Baseballs. Ja. It's on. Ente. Rüber. Oh, oh, sorry. Oh, vorne, vorne. Hey. Ich sollte was essen. Weg. Weg. Rüber. Ich hab's ein bisschen lauter gesagt, weil ich verdacht hatte, dass du abgelenkt bist. Rüber. Gehirn auf K. Rüber. Okay. Okay. Nach oben ballern. Zugkommt. Zugkommt. Wow. Habba da, habba da, habba, 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 habba. Wow. Klingt ein bisschen unmutig jetzt. Unterhaltung können wir. Achtung. Okay. Alles klar. In dein Gesicht. Oh. Okay. In dein Gesicht. Zugkommt. Gleich. Oh, ich hab auf dich gepasst. In mein Gesicht. Oh nein. Ah, dumm, dass ich dort stand. Das ist jetzt mal nur weglaufen. Mhm. Mist. Oh. Ach, komm. Oh, wow, wow, wow. Okay, fuck. Egal. Nein, doch nicht so egal. Jetzt hab ich direkt zwei Leben verloren. Oh. Shit. Egal, ey. Das reicht. Wird. Time for some skill. Skill mode. Und schnallt ihm in eurer feine Form. Ich wünsche das Werter. Ich wünsche das Werter. Oh, tut, 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 tut. Hoch. Die Milch kommt gleich. Oh, willst du die Milch vielleicht für die Pinguine aufbewahren? Letzterer? Oh. Aber die ballern ja hoch. Das ist dumm. Dann bin ich verwundbar. Nein, okay, egal. Räche mich. Ach, komm. Ja, aber ich kann nicht mehr. Spring. Na, spring. Was? Was ist das in deinem Wagen gelandet? Spring. Okay, was? Ups. Das Spiel entfährt. Rage quit. Hast du noch ein Leben? Ich hab noch ein Leben. Wollen wir euch starten? Ja, mach mal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hau ab. See you, suckers. Rüber. Achtung. Ja. Ich bin bereit. Rüber. Rüber. Okay. Okay, nach oben. Ich wünsche, dass die Musik mir noch gar nicht auf die Nerven geht. Weil die geil ist. Das hat nichts damit zu tun. Oh nein. Oh nein. Hunde. Und? Und? Sie folgen mich. Überall. Zug kommt. Gut. Okay, gut. Oh nein. Soll ich mich mal beeilen, bevor der mit seinem blöden Esel an... Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Weg, 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 weg. Weg vom Esel. Oh, zum Glück. Oh komm, jetzt hat er richtig viel Schaden bekommen. Oh. Okay. Achtung. Zug, Zug, Zug. Hopp. Oh. Oh. Alter. Ich bin auf einem Pinguin gelandet. Zukommt? Nein? Okay, scheiße. Nein! Nein! Ich hätte es schaffen können, aber ich bin da runtergerutscht. Ich hätte es schaffen können. Ich hätte es schaffen können. Ich träume noch davon mit einem blöden Lachen. Sprich. Ich fühle mich wie Thor gerade. Ich hätte einfach nur seinen Kopf zielen müssen. Rüber. 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 Achtung, Glühbirne. Ich bin so früh rüber. Egal. Rüber. Rüber. Ich bin so früh rüber. Rüber. Oh! Oh! Okay. Oh. Die können es noch schaffen. Holy shit. Ey, wieso umgegiftet die so mittig? Okay. Okay. Serious Mode on. Was war das denn die ganze Zeit, dass sie ihn gemacht haben? Fun Mode off. Was ein Kuhный hüpfel. You curf. I curf. I curf. I curf. You curf. Oh, shit. Nein! Du warst so verdammt gut! Wieso kann das Spiel nicht akzeptiert werden? Wieso? Ich will nicht mehr. Sein Gesicht ist doch schon an der Fahne dran. Also ich bin mit der Nase schon im Ziel. Ja. Carpet. Ich hätte den roten... Den roten was? Den roten Schuss nehmen sollen. Es geht weiter! Okay. Ein paar Mal schaffen wir es noch. Okay, Motivation zurückholen. Wir schaffen es halt noch. Wir schaffen es halt noch. Ich weiß nicht, bei euch eigentlich nicht. Toxic behavior hier. Behaviour. Oh! Egal. Komm, komm, komm. Ich schau mal... Nee, ich schau auf den großen Wäsche. Ich kann mich jetzt halt nicht entscheiden. Rüber. Weg, 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 weg! Rüber. Rüber. Nichts mehr ist er tot. Ha! Okay. Zug. In. Drei. Zwei. 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 Oh nein. Ach, das warst du gut. Also nicht gut. Aha. Ich wollte dich schon wieder in dein Leben kommen. Okay, Eselstype. Auf, 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 auf. Ey. Aua, mein Kopf. Ah, Mann. Shit, ey. Oh. Oh, mehr kann er doch nicht mehr aussehen. Oh, Gott. Toll. Es ist noch nicht vorbei. Ich gebe es so schnell nicht auf, jetzt. Okay. Shit. Jetzt heißt es heilen, heilen, heilen. Sich gegenseitig die ganze Zeit wieder beleben. Zuckerlarm, Zuckerlarm. Ich warte, bis er weg ist. Kommt Milch. Oh, shit. Oh nein, verdammte Baseballs. Oh, zu viele. Ja. Vielleicht muss ich dir auch helfen, die Pinguine im Platz zu machen. Ja. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, ihn zu zweit anzuballern. Also, ich habe immer noch die Vermutung, dass du mit der Milch die Pinguine schneller wegmachen kannst. Okay, dann die Milch für die Pinguine auf. Wir haben halt mehrere Pinguinwellen, oder? Ach, shit. Zumindest für eine Welle. Okay, okay. Dann sichern wir uns zumindest ein paar Leben. Oder ein Leben. Letzter Versuch. Rüber. Dieser Versuch entscheidet, ob die Folge hochgeladen wird oder nicht. Achtung, End. Scheiße, sorry. Egal, egal. Drei Lebereichen. Rüber. Drei Lebereichen. Scheiße. 2 Leben reichen. Ich habe gelogen. Ich wollte nur, dass du dich gut siehst. Ich fühle mich nicht gut. Mach den Hund weg. Oh, scheiße. 1 Leben reicht. Oh, oh. Was? Oh, Gott. Hab dich. Weg. Jetzt komm jetzt. Oh, Mann. Wo bist du hin? Ach, da. Ja, rechts. Geh weg jetzt. In deinem Kopf kriege nichts ab. Aber was? Okay. In deinem Leben, ey. Wenn sie rollen, kannst du sie nicht angreifen. Ah. Shit. Na gut. Okay. Ja. Das war es mit unserer Training-Session. Von Cuphead, oder? Ja, wir waren viel besser als das letzte Mal. Finde ich jetzt. Also, wir haben sehr lange gebraucht, um wieder reinzukommen. Das war unser Problem. Ja, ja. Aber ich finde, so ein bisschen haben wir den Reh raus. Wir müssen ein bisschen wieder die Pinguine schlagen. Ja, die Pinguine. Ah. Ja. Wollen wir die Folge hochladen oder nicht? Meinetwegen. Ich fand's jetzt ... Also, an sich ist es ja bestimmt unterhaltsam. Ja. Ja. Okay. Ja, dann lassen wir die hochladen. Ne? Okay. Okay. Alles klar. Das war's dann erst mal. Und, äh, wann wir wieder spielen, wissen wir nicht. Das ist nur eine spontane Sache. Und, äh, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Was hab ich am letzten Mal gesagt? Lass es die noch mal machen sollen. Äh, hinterlikt doch einen Kommentar. Genau, hinterlikt doch einen Kommentar. Und, äh, wir sehen uns das nächste Mal, ne? Bis denn. Ciao. Ciao.